Hallo, willkommen zurück zu Resident Evil 6 mit Shiva. Hallo. Hi. Und ich habe gerade schon ein Kraut gesehen. Das steht hier so ganz eins am Ruhm, wie wir eingesammelt werden. Und wie kommt... Ah. Komm, ich hin. Oh. Super, ne? Ups. Ach so, uns wird jetzt erstmal ein bisschen was erklärt. Immer diese ganzen Panzer. Mhm. Ich mag den Teil, den anderen Teil lieber. Ist das so... Bisher ja. Aber... Verkriegt. Das stimmt. Also das ist mir einfach wirklich zu viel Krieg bisher. Aber wir sehen ja noch vielleicht was anderes. Das ist ja jetzt nur... Ich sag jetzt mal der Beginn. Oh, ich kann keine Munition aufsammeln. Wieso? Ja, das mag ich halt an Resident Evil. Das ist eben eigentlich... Ja, mehr so ist wie bei dem Leon-Teil halt. Ja. Ich find's witzig, dass es jetzt plötzlich schneit. Bei dir? Ja, siehst du es nicht? Ach so, hier. Ich glaub, das ist Asche. Nein, das ist Schnee. Ja, ja, das ist Schnee. So, ich muss jetzt, glaub ich, grad mal ein bisschen kombinieren, sonst passt hier nichts mehr rein. Okay. Kombinieren. Ich hatte hier schon angefangenes, da hatte ich damals falsch kombiniert. Graut und das legen wir jetzt in den Behälter. Dann hab ich wieder zwei Plätze frei und kann meine Munition mitnehmen. Juhu. Juhu. Okay. Ja, neben dem Mangel an Munition ist ja der Mangel an Platz total übel, finde ich. An Platz. An Platz. An Platz. Ganz viel Platz. Ganz viel Speicherplatz, wollte ich erst sagen. Da dachte ich mir, nein. Das stimmt so nicht. Ey, bin doch im Menü. Sorry, bin hier. Alles gut. Ich muss mich nämlich, glaub ich, heilen. Oder? Bin ich für dich gelb? Ja, du bist gelb, aber ich glaub, ich bin auch gelb, oder? Ich weiß nicht mehr, wie heilen geht. Äh, du bist grün. Also bei mir geht's mit eher B. Warte mal, ich benutze mal ein Heilungsding. So. Ah, mit Leertaste geht das. Bin ich jetzt grün? Nee, immer noch gelb. Boah, wie seh ich denn aus? Hä, doch nicht leer? Hab ich noch was anderes gedrückt? Hattest du nicht irgendeine Zahl drücken müssen? Ach nee, das war für den Waffenwechsel, ne? Doch. Uh. Ah. Ich glaub, die zwei war's. Bin ich jetzt grün? Ja, du bist jetzt grün und ich bin vollgeheilt. So. Dann, ich glaub, wir müssen hier zur Seite. Ah, ist das nicht schön hier. Die Stadt erinnert mich so ein bisschen an, äh, LaRouche, wo ich damals war. Oder wie das war? Wunderschön. War die auch so kaputt? Ja. Nein, nein. Der ging's gut, der Stadt. Ach, das erinnert mich ja damals mit den Panzern. Das waren Zeiten, ey. Ach, schön warst du. Äh. 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 Ja. Warte. Ja, ja. Entschuldige. Ich bin schon da. So, jetzt darfst du dich drüben hier begnügen. Weglaufen. Verstanden. Ich geh voran. Ach, du Scheiße. Ich darf jetzt vorrennen. Bin ich so gerne alleine, wollte ich gerade sagen, hat auf einmal ein Typ mit mir geredet neben mir. Kann das sein, dass du mir Feuerschutz geben musst, oder? Nein, du musst eher mir helfen. Hier sind ganz viele Menschen, ja. Bei mir hat aber gerade irgendwie, gab's eine Explosion und ich werde von einem, was? Hä, was ist jetzt passiert? Ich hab keine Ahnung. Da ist ganz langsam, ich konnte nur kriechen irgendwie, ich weiß gar nicht, was da los war. Da kam ganz langsam ein Auto auf mich zugerutscht, aber wirklich ganz langsam. Okay. Und dann bin ich plötzlich mit einem Schlag runtergestürzt, wer weiß. Okay. Warte mal, ich guck mir jetzt erstmal an, was du da Schönes machst. Kannst du mir zustauen? Ja, ich seh aber tatsächlich leider gar nichts. Ich seh nur, dass du da hinten irgendwo rumrennst. Okay, dann lassen wir das hier nochmal explodieren. Bin grad einfach mal weitergerannt, weil ich dir vielleicht besser helfen kann von hier oben. Und schnell rutschen. Fällst du schon wieder? Ja, du fällst schon wieder. Ah, jetzt verstehe ich. Die Brücke geht hoch. Die Brücke geht hoch. Ah, ich denke die ganze Zeit, oh scheiße, ich muss da weg. Dabei bin ich mit runtergelaufen irgendwie. Okay, dann weiß ich Bescheid. Okay, wir können losgehen. Deswegen hab ich's mir jetzt grad mal von außen angeschaut. Sehr gut. Okay. Okay. Okay, das heißt, ich muss jetzt nach oben kraxeln. Oha, blödes Fass. Und wo nehme ich jetzt ein Wärmebildvisier her? Was? Frage. Was wollen die von uns? Weiß nicht. Rettet sie den BSSA-Agenten. B-S-A-A. Ja. Na, drinnen brauchen sie ein Wärmebildvisier. So, okay. Hä, wo muss ich denn hin? Besonders, ich kann ja überhaupt nicht mich schnell bewegen. Ah, wieso läuft der denn so schnell? Toll, meine Munition ist jetzt schon wieder alle. Ah, ich glaub, diesmal hab ich's. Yes. Ah, wieso lebst du nicht, äh, noch? Was? So gut. Ach so, der Gegner. Nein, schon du. Was? Sonst musste ich mir nicht so viel Mühe geben. Diesmal hab ich's nicht gekriegt. Ah. Oh oh. Hilfe. Ja, weil ich gedacht hab, ah, ich muss mir nicht so viel Mühe geben, wenn du eh stirbst. Ja. Ja, aber irgendwann müssen. Oh shit, da ist einer an so einem komischen Schussgerät. So, aber einen Kontrollpunkt haben wir erreicht, zumindest. Äh, wo ist mein Punkt? Widerlich. Okay. So, der gehört zu mir. What the fuck? Treffen endlich. Wie mein Name an der... Da bist du. Gott, das Lied ist so alt. Das hab ich ja total vergessen. Willst du mir damit sagen, dass ich so alt bin? Ja, du bist doch, äh, dann fast so alt wie ich wahrscheinlich. Wir sind beides junge Hühner. Und so. Ja, genau. Ganz, ganz jung. Mensch, ich probier jetzt mal aus. Eine Granate zu benutzen. Blendgranate, Handgranate. Ich seh dich. Und dann... Hab ich jetzt... Jetzt gehst du auf dem Balken da. ...Handgranate. Hallo, siehst du mich? Hallo. Nein. Oh. Ich winke dir. Jetzt wirf. Oh, hey. Da kommt einer. Sehr gut, Lachos. Soll ich auf den schießen? Ich glaube, ja. Ich brauche eine größere Waffe. Oh, ich brauche auch eine größere Waffe. Wenn sie den Passant wegkriegen, kann ich mich um den Truck kümmern. Ah, Moment mal. Ich habe da gerade zwei für dich erschossen. Dankeschön. Die waren vor dir. Ah, da ist noch einer. Oh, jetzt habe ich keine. Oh, oh. Ah, ich weiß, wie das Wärmeding angeht. Wärmebildvisier. An, aus. Aha. Aha. Wer kriegt die Tür hier nicht auf, oder was? Oh. Komm hier ins Ziel? Ja? Sehr gut. Oh, dummer Idiot. Komm. Ah, cool. So. Der ist so doof. Ich habe die ganze Zeit mit diesem komischen Maschinenpistolen-Ding da geschossen. Und der ist mir schön in die Schusslinie gerannt. So, jetzt kann ich dir wieder helfen. Den Panzer weglocken. Wie soll ich das denn machen? Ja, wäre doch... Indem man die Typen da erschießt, oder? Also immer, wenn ich einen erschossen hatte, ist der Panzer ein bisschen losgefahren. Aber jetzt fuhr er gerade wieder kurz zurück. Ja, komisch. Da läuft einer auf dich zu. Den habe ich nicht erwischt. So, ich habe ihn. Da ist er tot. Okay. Boah, jetzt kommen ganz viele bei dir. Ah, Hilfe! Rote Linie. Mag ich nicht. Siehst du, deswegen bin ich die mit dem... Ah, hinter dem Panzer ist ein Treibstofftank, wenn man den kaputt schießt. Oh, wer schießt denn? Au! Wo kommst denn du her, Bazi? So, wie komme ich denn da am besten hin? Ups, irgendwas ist passiert gerade. Aua! Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Ah, uh. Sehr schön. So. Ah, noch einer! Der Panzer kommt näher. Oh, oh, ich habe keine Munition mehr. Ah! Was ist denn jetzt passiert? Der Panzer ist noch im Weg. Keine klare Schusslinie. Schaffen Sie es, ihn wegzulocken? Egal, schieß doch einfach. Egal, ob da der Panzer noch ist. Bin gleich tot. Scheiße. Oh, nein. Nein. Scheiße! Ich kann nichts machen. Oh! Ich habe ihn. Hattest du? Ja. Der Panzer ist noch im Weg. Ich habe keine klare Schusslinie. Bla, bla, bla. Okay, ich muss die Sachen aufsammeln. So. Ja, gleich. Ich bin hier noch mit, äh, Typen zugange. Oh, nein. Das hört sich ganz falsch an. Das hört sich ganz, ganz falsch an. Streicht das. Er ist noch mit Typen zugange. Genau. Wow. Viel besser. Wie kann ich mich denn... Wie kann ich mich nochmal ducken? Ich habe keine Ahnung. Ähm. Okay, es war irgendwie doch nicht die Taste. Hahaha. Irgendwie konnte man doch bestimmt sich ducken. Aber wie? Ich habe Panik. Ich... Gibt es doch nicht. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber... Wie hält man sich mit dem Controller? Mit dem Controller heilen RB. Also die rechte obere Taste. Okay. Bis jetzt am Controller. Ich musste schnell umschatten, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt, gerade, äh, mit der Tastatur. Ah, okay. Okay. Jetzt wieder so. Ich habe gerade einen Stressmoment. Ja. Ein klein. So, ich habe, glaube ich, alle gekillt jetzt hier. Ah! Shit. Der Panzer schießt ja richtig. Nein, das war ich. Aber der... Ich habe Schaden bekommen. Ach so, ich habe auf den Panzer geschossen. Auf den Treibstofftank? Wo ist der denn? Ich sehe den Treibstofftank nicht. Auf dem Panzer oder hinter dem Panzer? Hinter dem Panzer. Ich habe ihn gesehen, aber jetzt ist er wieder zurückgefallen. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Warte, der kommt bestimmt gleich wieder ein Stück vor. Stirbt, Gegner, stirbt. Na, wieso? Ja. Ah, sehr gut. Finden Sie Ihren Partner. Kaputt. Captain Red! Ist der Panzer jetzt auch kaputt, ja, ne? Ich glaube schon. Oder? Dann probieren wir das mal. Ah, Gott sei Dank. Da hinten ist irgendwo noch ein Scharfschützel, der die ganze Zeit versucht, mich abzuknallen. Lass mich denn fliehen. So. Das sieht gut aus. Was ist denn der andere Typ? Der sollte mir doch hier helfen und nicht weglaufen. Aschi. Du triffst mich hier nicht. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Wieso trifft der... Wie schießt denn der? Junge. Treppe runtergefallen. Ah, hier. Da kann ich die Leiter hoch. Ja, oh, du Depp. Okay, Moment. Ich muss ihn erst mal abschießen, sonst geht das nicht. Nein, ich will es nachladen. So. Warte, ich bin so schlecht. So. Jetzt mal. Oh, ich stelle mich aber auch so blöd an, wirklich. Aber krass, wirklich. Wie war das? Wie war das? Ah. Kiste. Wir treffen uns oben. Ich glaube, ich bin richtig. Oh, du bist... Bist du im An... Also, wirst du angegriffen gerade? Ja, schon die ganze Zeit. Du nicht? Nee, ich habe gerade tatsächlich ziemlich Ruhe. Ach so. Ach so. Und mir geht die ganze Zeit die Munition aus. Oh je. Das ist ganz furchtbar. Ich konnte relativ häufig jetzt noch aufsammeln, da ging es. Ah, ich bin gleich da. Wieso kommt mir diese Brücke so verdammt bekannt vor? Ach, du hättest mir ja sogar helfen können hier. Ja, ja, gerade eben. Ich bin gerade eben hochgekommen. Ja, ja. Nachdem der Panzer kaputt war, bin ich so schnell ich konnte hoch. Und hast gelootet. Ja. Was war das denn jetzt hier? Was seid ihr denn für Leute? So, rein da. Gibt's da nicht. Schon wieder keine Munition mehr. Hast du vielleicht noch Granaten oder sowas? Stimmt. Ich hatte voll viele Granaten in der Trasche. Die vergesse ich immer. Huh. Ich glaube, da gehe ich auch hin. Ah, hier ist noch eine Kiste. Ja. Munition. Aber ich bin noch mit dem Heini hier beschäftigt. Ich lasse die Leiter runter. Kommen sie hoch. Ah, ich habe dir die Leiter runtergelassen. Ach, das ist aber lieb. Moment, ich komme mal zu dir runter. Oh, du bist rot. Ja, ich sag ja, das war ganz schön... Ich halte mich mal gerade. Ja. Das war es. Dann solltest du nämlich auch was mit abbekommen. Ja, ich habe was abbekommen. So. Dankeschön. Hier hinten ist noch grünes Kraut. Das hole ich mir mal. Und dann kann ich nämlich auch wieder kombinieren. Ich habe jetzt ein rotes unten grünes. Sehr gemein. Nein, bei mir war kein Kraut an der Stelle. So, jetzt habe ich 13 Kraut in der Tasche. Handgranate, Handgranate, Blendgranate. So. Aber keine Munition. Äh, keine Heilung irgendwie bei mir. Alles ist aufgebraucht, was ich hatte. Ei, ei, ei. Naja, wir haben es ja bald. Ja. So, wir müssen jetzt irgendwo da hinten hin. Ach, da ist bestimmt was zum... Warte mal, das sieht aus wie, als ob man das ziehen oder schieben kann oder sowas. Mhm. B. Tatsächlich, schieben. Komm, ist schon. Nochmal mein Make-up aufgefrücht. Ja. Ja. Während ich gelaufen bin. Ah, jetzt. Okay. Hä? Ich wollte gerade sagen, wieso ist denn da plötzlich einer von uns? Der war eben noch nicht da. Mhm. Ähm, na, bla, 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 gehen sie erst mal ohne mich weiter. In welche Richtung müssen wir jetzt? Aha. Und wenn du ihn tragen musst, dieser Mann schloppt heute nicht! Oh shit, guck mal, da kommt wieder wie so eine Art Panzer oder so gerade auf uns zu. Was machen wir jetzt mit dem? Abknallen. Oh. Müssen wir die draufhalten oder was? Oder? Ich weiß das auch nicht. Oh nein, ganz viel Nachschub für die Feinde. Okay, dann gehen wir am besten mal ein kleines bisschen nach vorne. Ah, was haben wir denn hier schönes? Vorsicht, da ist einer! Komm her. Ich seh dich. Oh, da ist noch einer. Ah, da verwandelt sich gerade einer. Ich weiß noch nicht, ob der auch so stirbt. Ah, okay. Nee, doch nicht. Der hat sich wirklich verwandelt. Mhm. Und ich habe keine Munition mehr. Sag mal! Und natürlich rennt er auf mich zu. Was mache ich denn jetzt? Uh, da ist einer mit Granatwerfer schon wieder. Ja, das war der, der sich gerade verwandelt hat, glaube ich. Huh? Ben, gib deine Position durch! Ich bin unten an der Leiter, Sir. Ich bin gleich da. Warte mal, irgendwer schießt doch hier gerade wie sauber. Okay, ich laufe mal vor. Okay. Und, äh, werd mal die ganzen... Du bist ganz rot! Ich bin rot? Sachen einsam. Du warst gerade rot bei mir. Ah ja, wahrscheinlich, weil ich angegriffen wurde. So. Ich wollte gerade schon sagen, meine Heilung ist doch voll. Ach so. Du bist ja fett. Was? Nicht du, der da! Der ist total fett. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Der ist ja einfach... Ich meine nicht dich, ich meine den anderen. Ja! Au! Deinen Charakter habe ich mir gerade gar nicht so genau angeschaut. Schlechter Ort hier. So. Wieso ist unser Kollege noch da hinten? Der dürfte gern mal ein Stück näher kommen. Ich werde jetzt den Springstoff platzieren. Ach, das ist der, der nicht laufen kann. Gut, halt dich! Bist du nicht mehr neben mir? Äh, ich bin hinter dir, hinter dem Gebäude. Ah, okay. Und schieße jetzt auf die ganzen Leute, die gerade von diesem Ding da runtersteigen. Uah! Warte mal, Granatchen. Wo bist du? Oh, das gibt's doch nicht. Okay, da liegt was. Handgranate. Okay, wir sollen alle zurück. Du bist ja ganz gelb, ja. Gelb. Mhm. Wir sollen jetzt wohl zurück zu dem Typen gehen. Ja. Oh, haha. Ich bringe so ein bisschen Besuch mit. Ist das okay? Ja, ist in Ordnung. Wir haben gesagt, äh, sie hätten uns doch einen Kaffee. Bring auch Munition mit. Ja. Ja. Ah! So, ich hab wieder was. Lasst mich in Ruhe. Hä? Ich bin irgendwie festgebackt. Hier hinten. So, seid ihr jetzt alle tot? Jetzt. Sehr schön. Da ist noch einer. Auf dem Panzer kommt auch gerade noch einer. Ja. Scheiße, da hat sich noch einer verwandelt. Vorsicht! Ich schieße gerade ein paar Granaten hier durch die Gegend, aber ich glaube, die habe ich total verfehlt. Aua. Ich komme hier nicht mehr vor. Das ist voll verbuggt. Okay. Ich glaube, ich hätte hier hinten gar nicht hingekonnt. Oh, oh, scheiße. Dann gibt es hier so eine unsichtbare Wand. Ich muss hier weg. Scheiße! Ja, bring ihn mit. Ja, bring ihn mit. Okay. Kannst du dich wieder bewegen? Geht's? Ja, bewegen schon, aber ich komme hier nicht vor irgendwie. Warte mal. Vielleicht geht's jetzt. Ah ne, jetzt wo du da bist, geht's auch. Komisch. Ah, okay, vielleicht deswegen. Warte mal, ich glaube, wir haben es nicht geschafft, oder? Oder? Doch. Ich habe keine Ahnung, ob das das ist, was wir machen sollten. Ich glaube schon. Jo. Wird schon so passen. Ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung, was wir hier eigentlich getan haben. Mhm. Ich auch nicht. Gegner gekillt. Ich glaube, ich hätte gar nicht so lange da vorne rumtigern sollen, oder so. Wahrscheinlich hätte ich weiter mit nach hinten gemusst, oder so. Ja, wahrscheinlich wäre das dann richtig, dass ich da hinten, also festgebackt bin, sozusagen. Du hast dich so gesehen fertig gemacht, so in der Art wie, jetzt komm doch endlich mal. Ja, genau. Mhm. Stimmt, die kommen mir bekannt vor. Chris. Ja, er ist ein Söldner, aber im Moment steht er unter dem Schutz der US-Regierung. Er ist keine Bedrohung für die BSAA. Mhm. Niemand bezahlt mich dafür. Was hast du gerade gesagt? Was? Gar nichts. HQ on Alpha Team. Der Verstärkung ist es unmöglich zu landen aufgrund der starken Flak-Astellerie. Schalten Sie sie auf. Alpha Team verstanden. Was dumm. Großes Fallobjekt auf dem Radar geoffen. Es kommt direkt auf den Zug. Mhm. Oh nein. Was ist das denn? Wie haben die den da eingehangen bekommen? Frage ich mich. Der muss ja erstmal ruhig stehen müssen. Und so, jetzt heb mal den Arm bitte. Und dann können wir das reinmachen. Wir hängen dich da jetzt schön rein. Äh. Oder der ist da drin mutiert irgendwie. Ja, das kann auch sein. So fest mutiert. Boah, das sah jetzt gerade echt ekelhaft aus. Mhm. Oh nein, schon wieder so riesenfähig. Ach, den kriegen wir platt. Ja. Immer schön auf den Rücken. Genau. Boah. Aber, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Hat der gespeichert? Der müsste gespeichert haben. Wir hatten ja gerade eine riesen Sequenz. Dann machen wir das im nächsten Part. Genau. Klingt gut. Und genau, also bis, äh, dahin und so. Bis dann, ich bin eh tot. Tschüss. Ich auch. Dann passt's ja. Ja. Nein, wieso heilst du mich, die blöde Kuh? Ach Gott, stimmt. Lass mich sterben. Okay, okay, okay. Dann, äh, ja, ich lass dich aber sterben. Ist das nicht nett für mich? Ja, vielen Dank. Also dann bis zum nächsten Part und viel Spaß mit. Tschüss. Tschüss.